Seit 1980 haben die reichsten 1% der Welt doppelt so viel Reichtum angesammelt wie die ärmere Hälfte aller Menschen. Bei Ungleichheit geht es aber nicht nur um Reichtum, sondern auch um Geschlechterungleichheit und Diskriminierung. Es geht um fehlende Beteiligung und Teilhabe und um fehlenden sozialen Schutz der am stärksten Benachteiligten. Es geht um die ungleichen Auswirkungen des Klimawandels und unseres Wirtschaftssystems auf die Ärmsten und auf unsere Umwelt weltweit. Aber es ist nicht zu spät, die Dinge zu ändern. Damit Umwelt und Menschen geschützt werden und ein gutes Leben auch für die weniger Glücklichen möglich ist, einigten sich unsere Regierungschefs im Jahr 2015 auf 17 Ziele. Ziele sind schön und gut. Aber was wir nun brauchen, ist eine mutige Politik. Um diese Ziele zu verwirklichen. Um gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erreichen. Gleichen Zugang zu Gesundheit, Bildung und gesellschaftlichem Schutz. Wir brauchen gerechte Steuersysteme, ein Ende der Steueroasen und die Förderung erneuerbarer statt fossiler Energien. Wir müssen Kinderarbeit beenden und Frauen und Mädchen vor Gewalt schützen. Wir brauchen eine transparente Politik, die alle Menschen einbezieht und stärkt. Für eine friedliche Welt brauchen wir eine gleichberechtigte Welt. Unterstützen Sie unsere Kampagne und fordern Sie Ihre Regierung auf, Ungleichheiten zu bekämpfen. In Europa und darüber hinaus. Fight Inequalities Fight Inequalities ach ixlina is Untertitelung des ZDF, 2020